In der Kirche des saarländischen Klosters Tholai sind drei neue Fenster des Künstlers Gerhard Richter enthüllt worden. Er entwickelte sie auf Grundlage eines abstrakten Bildes durch wiederholtes Teilen und Spiegeln. Die Fenster seien sicher sein letztes Werk, sagte der 88-jährige Künstler, der aus Gesundheitsgründen nicht zugegen war. Richter hatte die Fenster den Mönchen geschenkt.